Die 9. Armee Die 12. Armee soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee eben kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt.